Das ist eine schwierige Frage, aber ich habe viele Sachen erlebt in den Autos. Ich kann mich erinnern, ich bin einmal mit einem Rallye-Auto unterwegs, mit Gruppe N Autos. Wir haben eine Probe gemacht auf der Erde, auf Gris. Da haben wir einen fantastischen Tag gemacht. Es war fast nicht so schnell, aber es war sehr interessant.